Hey Leute, ich habe ein paar Verträge optimiert und spare jetzt über 650 Euro pro Jahr. Zusätzlich habe ich jetzt die Option auf weitere 900 Euro zu bekommen. Ich habe nur ein paar Sachen optimiert und habe jetzt sogar bessere Leistungen und spare dabei Geld. Was genau ich alles gemacht habe, das siehst du alles in diesem Video. Ich habe immer so gedacht, ach das lohnt sich sowieso nicht. Ich habe jahrelang nichts gemacht, nichts optimiert und jetzt Ende des Jahres habe ich einfach mich hingesetzt, ein paar Stunden Zeit investiert und gesagt, so jetzt gucke ich mir jeden Vertrag an und passe alles an, weil ein paar waren auch alt oder es hat mir nicht gereicht von den Leistungen. Und jetzt habe ich alles optimiert und spare 650 Euro. Also lasst uns jetzt starten. Wir schauen hier auf den Rechner. Als erstes habe ich die Krankenkasse angepasst und spare jetzt 171 Euro pro Jahr, was monatlich 14,25 Euro ausmacht. Ich habe gewechselt von der AOK in die HEK. Ich war bei der AOK eigentlich auch ganz zufrieden. Von den Leistungen sind die ähnlich. Aber was mir persönlich viel, viel wichtiger war, dass man hier Bonusprogramme hat und auch sowas wie Easy Cash. Das heißt, wenn du nicht krank bist, bekommst du das Geld wieder und zwar ein Zwölftel von dem, was du eingezahlt hast. Und das ist schon nicht ohne, denn ich bin sehr selten krank. Vielleicht in diesen letzten zehn Jahren war ich vielleicht drei Wochen krank. Und deswegen habe ich mich für diese Krankenkasse entschieden. Die haben gute Leistungen und zusätzlich bieten dir noch Bonusprogramme wie zum Beispiel Bonus Vorsorge Plus. Das musst du extra beantragen. Also du bist dann bei der HEK und dann musst du das noch zusätzlich beantragen. Die werben nicht damit, weil das ist ja extra Geld, was die zahlen müssten. So als Mann, du machst einmal beim Zahnarzt die Kontrolle. Das machst du wahrscheinlich sowieso abgehakt. Und dann kriegst du nur dafür schon 228 Euro für das erste Jahr. Später wird das dann weniger, aber ist auch okay für das erste Jahr. Und wenn du noch ein paar Aktivitäten zusätzlich machst, dann bekommst du nochmal 72 Euro extra. Also Sportverein oder regelmäßig Sport machen, BMI muss gut sein oder dass dein Impfstatus passt oder dass du sechs Monate nicht geraucht hast. Und wenn du das alles machst, bekommst du 300 Euro. Es gibt noch ein paar Sachen, die man hier beachten muss. Man braucht eine BU, habe ich aber sowieso und deswegen lohnt sich das für mich auf jeden Fall. Also das Geld nehme ich auf jeden Fall mit, die 72 Euro. Mal schauen, ob ich mir diesen Aufwand mache oder nicht. Aber das Wichtigste ist, es gibt hier Easy Cash. Easy Cash, man kriegt einfach Easy Cash. Ist richtig cool. Bis zu 600 Euro. Das ist natürlich gehaltsabhängig, aber ich zahle jeden Monat über 300 Euro ein. Mein Arbeitgeber genauso viel und deswegen komme ich insgesamt über 600 Euro. Und deswegen würde ich auch in meinem Fall die 600 Euro kriegen. Bei dir weiß ich das nicht, dann musst du das Ganze selber ausrechnen. Aber du kriegst ein Zwölftel von den gezahlten Beiträgen. Ja, und das ist schon echt, echt cool. Voraussetzung ist, dass du keinen gelben Zettel holst. Ja, wenn du sowieso sehr selten krank bist, dann lohnt sich das für dich auf jeden Fall. Und deswegen habe ich hier auch reingeschrieben. Ich spare einfach jeden Monat die 14 Euro, weil diese Krankheit ist günstiger als die alte AOK. Und zusätzlich habe ich noch die Option auf 900 Euro extra. Das ist schon echt, echt gut. So, kommen wir zum zweiten Vertrag. Das war das Handy von meiner Frau. Das läuft auf meinem Konto. Das habe ich jetzt angepasst. Und wir zahlen jetzt 12 Euro für 25 GB. Und sparen dadurch jetzt noch 14 Euro monatlich. Ich zeige dir das auch noch einmal hier. Das ist von VINSEM. Hier bin ich schon seit Jahren. Hier ist auch die ganze Familie von mir. Und hier siehst du dieses Angebot. 25 GB für 12 Euro. Selbst wenn du schon Kunde bist bei denen, da rufst du an und sagst, ich will dieses Neukundenangebot. Und die machen das. Die haben auch super Service. Klar, es geht noch günstiger. Aber ich rufe da an. Ich warte maximal ein bis zwei Minuten. Ich habe nettes Personal am Telefon. Die beraten mich sehr gut. Und ich bekomme immer die neuesten oder die besten Angebote für Neukunden, obwohl ich da schon jahrelang bin. Ja, das ist schon echt unschlagbar. Und dadurch sparen wir auch dann pro Jahr 168 Euro. So, jetzt kommen wir zum nächsten Vertrag. Das ist die Hausratversicherung. Da spare ich jetzt nur 51 Euro. Aber ich habe jetzt deutlich, deutlich mehr Leistungen. Und zwar, ich war früher bei AXA und jetzt habe ich zu Helden.de gewechselt. Diese Versicherung ist eher unbekannt. Die sitzen auch in Hamburg, wo ich auch wohne. Hier habe ich früher meine Drohne versichert und deswegen kannte ich die. Dann habe ich einfach geschaut, was die haben und war einfach erstaunt, was die anbieten. Ich glaube, diese Versicherung findest du auch nicht über Check24. Du gehst einfach hier auf die Seite. Hausratsschutz. Das ist ja eine sehr wichtige Versicherung. Und dann gibst du einfach hier als Beispiel die Quadratmeterzahl und deine Postleitzahl. Und dann kriegst du gleich den Jahresbeitrag. Das ist pro Jahr. Und das Coole ist, wenn du zum Beispiel jetzt über meinen Link reingehst, dann bekommst du noch auch ein Zwölfel geschenkt auf Dauer. Das heißt, über meinen Link würdest du für dieses Haus 130 Euro zahlen. Das heißt, mit meinem Link sparst du 8% auf Dauer. Und die Leistungen sind auch extrem gut. Also die Versicherungs-Summe liegt bei 500.000. Die meisten Versicherer, die sagen so 1.000 Euro pro Quadratmeter, dann würden die so 80.000 versichern. Die sagen pauschal, egal was für ein Haus, 500.000. E-Bikes bis zu 12.000, Elementarschäden, Schäden durch Internetbetrug, Phishing ist heutzutage auch sehr wichtig. Diebstahl aus Kfz, alles mögliche. Und das für 130 Euro im Jahr. Hier siehst du auch die ganzen Leistungen. Das ist schon echt extrem, was die hier alles anbieten. Wenn dich das interessiert, dann schau einfach auf der Seite vorbei und guck dir das selber an. Und wie gesagt, mit meinem Rabattcode kriegst du noch ein Zwölftel auf Dauer geschenkt. Und das ist schon echt super. Also ich habe nichts Besseres gefunden. Die Firma kannte ich sowieso. Da hatte ich noch eine Frage, weil wir jetzt Nachwuchs bekommen haben. Ich wollte meine Tochter da auch anmelden. Habe eine Frage geschrieben. Das war um 19 Uhr und um 20 Uhr habe ich schon die Antwort bekommen. Also da sitzen auch Menschen, die sehr schnell arbeiten, sehr freundlich. Ich habe mich dann noch bedankt bei denen. Also echt cool. Und sowas finde ich wichtiger. Und vom Preis auch unschlagbar. Also 500.000, das macht echt fast keiner. Genau, dann habe ich die Kfz-Versicherung angepasst. Über Check24 einfach reingeschaut, was ist günstiger dieses Jahr. Und dann spare ich jetzt auch 80 Euro pro Jahr. Im Monat sind das nur 6 Euro. Aber das Gesamtbild macht das Ganze. So, und dann habe ich meinen alten Gastarif angepasst und spare jetzt 138 Euro. Auch über Check24 kannst du reinschauen. Ich hatte noch einen alten Gastarif. Der war bei 18 Cent, war dann gedeckelt auf 12 Cent. Aber wenn man jetzt reinschaut, der Arbeitspreis liegt mittlerweile so bei 8 oder bei 9 Cent. Und der Netzbetreiber steckt sich die ganze Kohle vom Start in die Tasche. Das wollen wir nicht. Die ganzen Tarife sind jetzt so bei 8 Cent, 9 Cent. Je nachdem, musst du mal schauen, bei Check24 oder so. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das habe ich einmal angepasst und spare jetzt 138 Euro. Wenn man das jetzt alles zusammenzählt, dann spare ich pro Jahr 653 Euro oder monatlich 54 Euro. Das ist schon extrem viel, wie ich finde. Klar, wenn man so jetzt nur eine Versicherung anpasst, 4 Euro oder 6 Euro, das merkt man nicht. Das ist viel zu wenig. Aber wenn man sich hinsetzt, ein paar Stunden das Ganze macht für das ganze Jahr und dann ist es erledigt. Und dann in meinem Beispiel spare ich jetzt über 650 Euro. Das ist schon echt krank. Und jetzt habe ich noch sogar die Option, auf weitere 900 Euro zu bekommen. Und wie ich finde, das ist ein guter Stundenlohn. Es wird alles teurer und mit solchen einfachen Sachen, das hat vielleicht 2-3 Stunden gedauert, alles rauszusuchen, sich da neue Verträge zu machen. Und für 3 Stunden über 600 Euro zu bekommen, das ist schon echt gut. Ja, da kann ich mich nicht beschweren. Und genau so kannst du das auch machen. Und wenn du die Links benutzt, dann unterstützt du mich und dann kannst du auch selber sparen. Also Leute, optimieren und einfach Geld sparen. Ja, schnell gemacht. Ich würde euch empfehlen, das auf jeden Fall zu machen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall liken. Und wenn du wissen möchtest, wie ich in 9 Jahren über 450.000 Vermögen aufgebaut habe, dann kannst du dieses Video nochmal abchecken. Ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018